Dieses Video beschreibt die Installation des Remco Smart Control Wi-Fi Sticks in die Wandgeräteserien. Bevor Sie mit der Installation beginnen, muss das Gerät spannungsfrei geschaltet werden. Anschließend öffnen Sie die Geräteblende. Die Schnittstelle zum Einstecken des Smart Control Wi-Fi Sticks befindet sich an der Displayplatine, welche direkt hinter der Geräteblende verbaut ist. Das Displaygehäuse ist mit der Geräteblende verschraubt. Lösen Sie zuerst die Verschraubung, um anschließend das Gehäuse vorsichtig von der Geräteblende zu lösen. Anschließend haben Sie freie Sicht auf die Schnittstelle. Stecken Sie den Remco Smart Control Wi-Fi Stick entsprechend ein. Sie können das Gehäuse der Displayplatine nun wieder mit der Geräteblende verbinden. Abschließend muss das Displaygehäuse wieder mit der Geräteblende verschraubt werden. Nach dem Schließen der Geräteblende ist der Remco Smart Control Wi-Fi Stick einsatzbereit. Die Vorgehensweise für die Installation in die Geräteserie ATY ist identisch. Hier muss lediglich die Schnittstelle um 180 Grad gedreht werden. Nur so lässt sich der Remco Smart Control Wi-Fi Stick anschließend einstecken. Bei den Geräteserien ML und MXW ist die Schnittstelle in einer zusätzlichen Platine unterhalb der Geräteblende montiert. Lösen Sie diese Platine von der Geräteblende. Anschließend muss das Kunststoffgehäuse an der Säulbruchstelle getrennt werden. Sie können das Gehäuse nun mithilfe der Schraube wieder an die Geräteblende montieren. Der Smart Control Wi-Fi Stick lässt sich nun von der linken Seite einstecken. Die Installation ist abgeschlossen. Schließen Sie die Geräteblende.